Willkommen bei Brilliantools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Der siebenteilige Antriebswelleneinziehersatz hier ist nötig, da bei vielen modernen Fahrzeugen die Passung zwischen Antriebswelle und Radnabe sehr genau, sehr eng gearbeitet ist. Und im Detail schauen wir uns den Abziehersatz jetzt mal an. Der Abziehersatz beinhaltet zum einen die Spindel inklusive der Glocke. In der Glocke selber ist ein Lager eingearbeitet, dass die Spindel sich perfekt bewegen kann, ohne dass man hier Reibung verursacht. Dann habe ich die Adapter. Sechs Stück sind im Satz enthalten. Das sind zum einen M16 für zum Beispiel Subaru, M20 für VW beim Touareg bzw. Porsche Cayenne. Dann M22, wie ich es bei BMW benötige. Dann M24, BMW und Mercedes. M27 auch BMW und auch M30 dann bei BMW. Anwendung sehr, sehr einfach. Ich verbinde meinen jeweiligen Adapter mit der Antriebswelle. Ich stecke dann die Spindel durch meine Narbe, verbinde mit dem Adapter. Die Hülse stützt sich an der Radnarbe ab. Und jetzt hier über die Mutter ziehe ich die Spindel in Richtung Hülse und kann darüber dann die Antriebswelle einziehen. Die Wälder den Mann es ziemlich günstig. Ich schluss dann die Pel policy ab. Vielen Dank.